Musik Jetzt steht in der UFC ein Schwergewichtskampf auf dem Programm. Musik So, es geht los. Noch mal kurz die Regeln, die sind nämlich schnell erläutert. Es geht nur um den Kampf im Stand. Grappling ist untersagt und unzulässig ist übrigens auch die Durchführung von Folge-Strikes am Boden. So einfach ist das. Starker angriffen den Kopf, er ist gelangt. Starker haken! Starker Schlag zum Kopf, aber ein noch stärkerer Block. Kierkeck hat gesessen, voll auf den Körper. Boah, heftiger Kick zum Bein. Ores angeschlagen. Da ist die Lücke da, da ist er unaufmerksam. Guter Kick zum Körper. Ja, ja. Boah, der Treffer zeigt Wirkung. Was für tolle Punches. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Boah, schöner Kick zum Körper. Der Schlag geht daneben. Starker Punch. Boah, schöner Kick zum Körper. Oh, jetzt ist er wieder angeflogen. Und da ist der nächste Knockdown. Oh, oh. So richtig gut sieht er nicht aus. Aber er steht wieder. Ja, er trifft ihn. Oh, er ist schon wieder benommen. Oh, oh. Oh, schöner Kick zum Kopf. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Oh, gute Abwehr. Das war kein schlechter Kick. Guter Kick. Da ist der Treffer. Oh, oh, oh. Er hat ihn wieder erwischt. Unfassbar. Und wieder kommt er auf die Beine. Ja, gut gemacht. Er blockt den Schlag zum Kopf aus. Und er ist wieder benommen. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Seitlich voll auf den Körper. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Gefährlicher Schlag zum Kopf, aber perfekt geblockt. Oh, oh. Er scheint benommen zu sein. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Wie er seinen Gegner hier K.O. geschlagen hat. Das war schon ziemlich beeindruckend. Kein Wunder, dass seinem Gegner bei dieser Rechten die Lichter ausgegangen sind. Ein schöner Sieg also am Ende durch diesen K.O. Und da darf er sich zu Recht freuen. Gruß Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Meine Damen und Herren, Referee Yves Rubin hat einen Stopp in dieser Contest. At 4 Minuten, 28 Sekunden in der ersten Runde. Begleitet der Winner von Knockout. Hier haben wir den Sieger durch Knockout. Schlag zum Kopf. Und da ist die Verkaufung. Das war's. Ich glaube, wir sind jetzt ganz schön. Hier haben wir den Schnellen. Und da ist die Verkaufung.